hallo und dass sich willkommen zu einem weiteren Blitz Plane folgen wird gespielt wie der Liebe und ist ausgeteilt an und mir fällt auf wir haben auch keine Gruppe gewählt hier stimmt und er war und hat dann und welches Spiel spielen wir denn die Trude der Födera sie sind immer diese Profileute natürlich da muss so das Spiel erfährt man erst im Nachhinein bist du in der Gruppe rot gegangen? ich sehe aber leider warum bist du blau? warum bist du blau? wie rot komm ich mir in rot rein ja was wollen wir machen? Pflanzt erst mal Bäume? ja wir wollen Bäume pflanzen in dieser Folge fertig und schönen guten Tag das war unsere Folge bis zum nächsten Mal nein das war spannend ich versuche es aber mal hier vorne ja im Tunnel ist nicht so Däumenbaum zu pflanzen sag ich jetzt schon wieso denn? dann haben wir Tunnelbäume sind auch schon gesehen ne? wir haben mal ein bisschen ausgeleuchtet jetzt in den letzten haben wir mal so gemacht haben wir jetzt kein Video von gemacht wie wir es hier Fackeln dran machen ja weil ich hab gemerkt das wird ganz schön dunkel wenn man hier ja irgendwie bin ich gerade so blöd Bäume zu setzen ja kommen wir pflanzen Däumen man sollte auch die richtige Taste benutzen dafür wäre vielleicht ganz schön gut du musst auf den Boden drücken das ist dir schon bewusst oder? ja mach ich so alter ich kriege keine Bäume gepflanzt er kriegt keine Bäume gepflanzt ich mache mich lächerlich mein Video Alter in deinem eigenen Video Alter das ist so peinlich ich bin auf dem Boden rum hatte gerade schon mal einen Fackeln gehabt da sind die zwei Bäume hingekommen geil meine gar keine Flanke oh ich habe mich vom Hasen gerade erschreckt alter das ist doch auch eine Chance am hoch zu kommen oder nicht dann schlägst du die immer die kommen gerade hoch dann schlägst du die schon das geht ja gar nicht was ja so na komm wir gehen mal wieder zum Haus und bauen das das mal aus das war so voll zum Bauchschleißen haben wir auch schon so jedes kleine Bug passiert, er wollte auch den Server ist sofort, mit 400 Schaden ist am Boden, die Clash war tot alter Kreis stürzte in den Tod, obwohl ich gerade erst gejoint bin, ist doch auch immer schön und Willkommens-Tod ist doch immer mal was Schönes und ich fürchte gerade, dass ich die Qualität von auf das Auge hoch zu schlagen was ist denn los? ich fürchte gerade die Qualität vom Sound, also die Musik vom Spiel ein bisschen zu laut gedreht zu haben ich befürchte jeder nicht ich höre die Sonne, ist nämlich übelst laut was? das heulich nicht das Problem Bogle! was? getroffen ja, ist nicht so ein Prostgitter, hat er ja auch nie gehabt nicht wirklich, mit Bogen kann, ich spiele gerne mit Bogen, aber ich kann es nicht da komm, wir wollen mal ein bisschen was aus, oder? Wolle, davor muss ich kurz in die Einstellung und den Sound drunter drehen dann mach das mal ja, ich habe mich schon nicht guten Tag wenn ich mich umbringen werde was ist ja auch reingelassen ja, ich habe die schwächere Erinnerung gehabt ja, das ist eine Wohnung, schmutzig, holz, Sven ich habe nichts mehr in meiner Wohnung liegen ja, okay, verschwindet das wieder hast Glück gehabt ich bin voll die Leuchte ich habe Wurfstierne erst mal die Wand ausreißen Alter, was machst du da? Wand rausreißen ach stimmt, du hast so einen Hammer, habe ich nicht sonst kann ich sowas besitze ich nicht hör auch das ist so du bist ja Rostoffer befahren ja, wir sollten die tief an Höhlenrunzeln ja, dass bin ich auch nicht ich habe eine Sternschnuppe ich habe schon ganz, das war Drei! Und hier. Hintergrundaufschlag. Sehr schön. Gleich viel wohnlicher. Ja, diese Folge könnte ein bisschen langweilig werden. Da können wir aber leider nichts für. Ja, wir können halt nichts einfach dafür, weil... Wir spielen ja auch nur mal. Nein, nicht von mir, ich stelle gerade Clown. Stepp gleich, stepp gleich, stepp gleich. Yes! Oh Gott, was bringst du für so ein Maxi-Fresser rein? Ja, nein, doch, dem bin ich ja auch gestorben. Du, wo's getötet ist? Weil sie auf den Kleinkrieg. Ich weiß ich auch nicht getötet worden. Oh, was aus? Ich muss mal Gold wiederholen, ich muss meine Münze wiederholen. Ein Zombie war zu viel und noch der Maxi-Fresser. Wer ist in unserer Wohnung? Weiß doch noch nicht! Auge, kaputt! Oh, hab ich gemacht. Macht das wieder zu. Jetzt kommt der nächste rein. Mach da mal zu, warum mach da mal zu? Warum mach da mal zu? Was geht sie das an? Wurde aufgespießt. Ist auch immer so ein schöner Spruch. Den hat man auch immer gerne. Ja, ich finde, die Stein, die davor steht hier. Das war sein Dummer, ist hier begraben. Auch ein sehr schöner Spruch. Ich finde der Spruch auch richtig genial. Warum auch immer. Aber ich hätte den einfach lustig. Aber irgendwie, wenn der Dummer muss graben ist, dann muss er schlau sein. Ja, bin ich jetzt. Ich bin Professor Doktor Patrick. Ab sofort. Wie wollte ich ihn denn in anderen Spielen nennen? Auch ein sehr schöner Name. Hatte er sich für sich ausgelegt? Ich wollte mich zu allererster Professor Doktor Unfall nennen, weil ich bei... Ammer. Können wir mal in der Reihe ein bisschen... ...mit die Autos kaputt machen. Egal wie ich kriege es sind. Auf schnellste Art und Weise. Aber ich kriege es sind. Und gelten? Nein, ich kriege das schon alleine hin. Ich habe keine Angst. Ich bin nicht so gut. Ich bin nur schon zweimal gestorben. Ich bin erst einmal gestorben. Du bist zweimal gestorben. Das erste Mal war wegen dem Rhein-Unterfall. Das war unfair. Ihr was mit anderen, die denn Dummeheit da begraben ist? Ja gut, das war die Handgranate. Ja, Handgranate ist sicherlich. Du bist in den Zombie reingesprungen. Nein. Du kannst bei mir gucken. Guck's dir an. Ich habe eine Handgranate zu einem fliegenden Auge geworfen. Dann hast du deine Hand. Wackel? Diese schwarzen Teile meine ich. Eine Hand. Achso. Climbing Claws. Wo hast du ihn gefunden? Aus der Kiste. Wo war die Kiste? Hier stand doch mal eine Kiste. Du musst nicht teilen. Ich kann dir was geben. Warte, ich habe noch was. Ich habe Schnürsenkel plus eine Abwehr. Die kann ich dir geben. Schnürsenkel? Boah, Schnürsenkelkappe. Ich weiß nicht, wie das gerade hieß. Ach, da sehen wir. Es wird schon wieder Tag. Geh her. Ich weiß nicht warum, aber ich bin irgendwie dafür, ein Baumhaus zu bauen auf diesem schönen Baum. Ja, aber das komme ich ja nicht hoch. Besonders nicht? Ich will mal dafür, wenn man Asturid auf meinem Platz jemand landen würde. Wäre auch super, ja. Ach stimmt ja, wir können hier gar nicht abbauen, nicht nur die Asturiden. Nein. Nein, nur nicht. Ich habe ein Zombie-Banner. Oh. Ich guck die erste Errungenschaft. Ja. Wie kein Slime auf meinem Haus. Oh, ja. Ja, kein Slime. Wir schon will ich als Slime draufhaben. Was ist dir sicher? Ja. Ganz sicher. Ich habe zwei schwache Halttreten, wie ich wissen möchte ich mir halt. Das ist ein Maxi-Fresser. Ich habe elf. Ich brauche mir töten die nicht. Das ist ein Seelenfresser, Alter. Danke. Nehm Verbrennungsschaden. Wo gehst du hin? Mhm. In die böse Welt. Oh Gott. Ich habe gerade extra Erde hingebaut, dass du nicht mehr reinkommst dann. Ähm. Es tut mir leid, aber diese Folge ist schon wieder vorbei. Was? Wie kannst du denn eine Folge vorbeihaben? Ich habe genau zehn Minuten. Ich habe noch ein bisschen Zeit bei mir. Ja, paar Sekunden noch. Nein, es waren zehn Sekunden, die ich noch Zeit habe. Bei mir ist jetzt erst die Folge vorbei. Ja, aber jetzt auch. Ja. Naja, gut. Dann sagt man. Du müsstest auch schon die zehn Minuten Minis erreichen. Folge, ne? Ja. Auf jeden Fall. Lass einen Daumen da. Lass einen Like da. Auf jeden Fall. Bei Verbesserungen. Was weiß ich nicht. Und kommentiert schön fleißig. Ciao. Ciao. Ciao.